Wir befinden uns jetzt kurz vor der Elbbrücke, das heißt, der Mittellandkanal geht hier über die Elbe. Wir haben uns vorher die Genehmigung über Funk eingeholt, die Brücke überqueren zu dürfen bzw. nutzen zu dürfen. Die Genehmigung wurde für drei Sportboote erteilt. Aus der Hinfahrt haben wir uns die Genehmigung leider nicht eingeholt und mussten deswegen bei der Wasserschutzpolizei 35 Euro Bußgeld bezahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020